Hey Kameramagier, bist du bereit für die Product Shot Challenge 2020, in der du nicht nur digitale Assets wie mein Transition Pack für DaVinci Resolve gewinnen kannst, sondern auch echte Preise wie diese HDMI-Funkstrecke von Inki, diese Kameratasche und eine echte Color Grading Live Session mit einem professionellen Coloristen gewinnen kannst. Also, was musst du tun, um mal an das Zeug hier zu kommen? Ganz einfach. Unter diesem Video befindet sich ein Link zu Footage, Video-Footage, den du für dein Portfolio benutzen kannst. Du schneidest aus den Aufnahmen dort ein geiles Product Shot Video und sendest uns das bis zum 13.12.2020 zu. Das ist der dritte Advent. Die Woche drauf küren wir dann die Gewinner und dann gibt es quasi Weihnachtsgeschenke. Es werden drei Gewinner gekürt aus einer Jury von Yannick von Product Shot Mastery, Tim vom Farbkanal und von mir. Hey und keine Sorge, falls du es nicht aufs Treppchen schaffst. Unter allen Einsendungen verlosen wir auch noch Power Grades und Animationspresets. Ich hoffe, du bist dabei, denn diese Aktion ist nur dafür da, um dein Portfolio aufzumöbeln, damit du dann mit einem geilen Product Shot Video zu Kunden gehen kannst und sagen kannst, hey, ich lasse ihr Produkt genauso aussehen. Und dann kannst du nämlich auch trotz Corona Videos produzieren und dafür echt gut Geld verlangen, weil die wollen was verkaufen und das kannst du denen natürlich auch gut verkaufen. Ja, ich hoffe, du bist dabei. Mehr Infos, wie gesagt, unter diesem Video und die Playlist dazu, wie wir an die ganze Sache rangegangen sind, findest du dort ebenfalls. Also, schau sie dir am besten jetzt sofort an. Ich wünsche dir viel Spaß und ich freue mich auf dein Video. Bis dann, Kameramagier.